Was sagst du? Wo essen die Mira? Die Mira, die haben wir müssen daheim los. Und weißt du, weil halt so viele Leute sind und da wird sich vielleicht ein bisschen nervös und da muss ich im Auto sitzen und warten, wo wir essen dürfen, gell? Geht sie da ab, die Mira? Ein bisschen, gell? Ein bisschen. Jetzt wissen wir's was. Damen im Gespräch, ja? Ja. Aha. Da zählt sie mir, Werni, was. Wann ich gewiss, dass du so neugierig bist? Ja, ja. Du, jedermal ist neugierig, ja? Ich habe ja noch ein Gedicht geschrieben heute Nacht, bis in der Früh. Wollen wir noch vorlesen? Wollen wir heulen? Ja, ja. Heut wohl. Heut geht's um. Aus und feiern, also aus. Heut geht's um. Wann müssen wir die haben, oder was? Nein, wenn die Kopen eingefallen. Was hast du denn für Kopen? Ja, geht's auch. Nein, wir gehst Kopen hinterher. Nein, der hat ihn jetzt. Na, na, sie ist halt. Und Katzen? Halt ihn da? Fällig. Du, du bist ein Sauchertag. Heut Nacht habe ich noch ein Gedicht geschrieben, bis in der Früh. Hast du es geschrieben? Das müssen wir noch anlosen, ist eh klar. Du hast die Vortrag auch noch, du? Ja, das geht schon. Du bist ein Sauchertag. Ja, ja. Es muss was gehen. Wo geht's denn? Ja. 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 Da fahren wir jetzt so, was in der Luft ist. Ja, passt. Ja, passt. Daniel, als Veranstalter von der Reisprobe, bist du zufrieden mit dem Besuch? Mit dem Besuch bin ich sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Das Wetter tut das Seinige, dass es ja gerade wird. Ja, das Wetter passt auch. Wann haben wir das wieder einmal, oder? So ist es. Also, schnell. Genießen. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gäbe eine schlechte Einstellung. Die haben wir nicht. Richtig, ja. Nur positiv. So, jetzt haben wir schon 10 vor 12. Die Dings mit dem Wandel natürlich, ist eh klar. Oh, ein weiter hat Schuss. Ein weiter hat Schuss, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, ein weiter. Du, ein weiter oder ein hänger? Hopp! Sehr gut ist das Brot, dass sie weit den Schuss haben. Nein, wir müssen mal weg ausschopfen. Wir haben was am Meter gehen, hat der Schuss. Und was hältst du vor dem Geschehen momentan? Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Gut, Action in Schöder. Nein, nein, nein. Der hat da immer Schuss. Der müssen wir verschicken. Hat die Lise gesagt. Hab ich gesagt, ja. Der hat zu folgen. Der tut auch nix. Ich gehe verschieben. Der tut auch nix. Haben wir schon wieder eins und raus, Fürster? Gell? Schrei raus immer ordentlich. Manfred, den kannst du wieder ausschupfen oder da. Den verschicken, aber das geht jetzt nicht mehr. Nein, wie lieb's ihr. Wie lieb's ihr Rät. Nein, da. Das ist der Scheiderberger. Zwei noch oder drei gewonnene? Zwei gewonnene. Zwei gewonnene. Zwei gewonnene. Ja, gut. Ich muss auch noch schießen. Ja. Ja, ja. Aha. Jetzt ist auf. Auskehren gehen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist weg. So, jetzt gehe ich. Ich gehe jetzt. Kannst du die Kamera so halten, bitte so? Komm her, Peter. Aber bitte nicht schießen. Nein, ich schießen. Du kannst das einfach so halten, so dass du den Spieler siehst, aber du siehst ja was, gell? Oh, da musst du aber halt, aber halt, aber halt, aber halt! Halt, wird nicht verschneiden! Der nächste, wen haben wir noch? Ja, die haben wir! Danke dir! Gut hast du es gemacht! Mein Kameramann war das! Wie heißt du mit dem Vornamen? Oh! Ich weiß es nicht, ich muss sagen! Witzig hast du? Nein, so einen Namen gibt es nicht! Da! Witzig! Ah, die Fiki! Geh um, ausgehen könnt man schon, nicht? Nee, komm nicht, lass uns geschenken noch recht, sagt er. Geschenkt wird nicht, sagt der Bernie, unser Schnitzel-Berni. Was schlecht wird, dann machen wir den Guten einmal gut werden, nicht? Ja, ja. Also da der Wunsch Vater des Gerankens. Da, wenn's der Wunsch, jetzt mal. Oh, ich hab den Schwalig gesagt. Schuss gemacht! Einkommen! Du Wahnsinniger, du! Du hast einen Wunderschuss gemacht, hörst! Ja, herrlich! Du wusstest, wie? Nicht, du! Auch unwahrscheinlich! Schaut's euch runter, der macht's schon wieder da! Von den Reifen lernen wir! Du! Wir! Dies! Wir! Nix getroffen? Nix, nicht ganz! Schau, jetzt ist Leiswaren da bei den Weiten. Bist du weit? Ich bin grün! Ah, bist eh bei mir! Du weit? Weiß ich nicht! Weiß nicht! Wo bist du? Weit, Eing? Eing! Weit! Weit! Ah, jetzt wird's eins, eins, gell? Ja! Nein, nein, wir haben ja da Führung, gibt ja keine Stecken mehr! Was bist du? Eing, Weit? Eing! Nicht gebaut, die Mann! Panei Scherzen! Na, jetzt wird's sagen, das war ja wohl ein Gaudi! Du, aber der Bernie, mit deinem Schuss bitte bist leppert! Hast du den Schuss gesehen? Jetzt wird's wieder reichen! Hinten hat zumindest eine Jungfrau! Bist auch ein Beiger! Na, Maxl! Noch was! Jawoll! Eingrum, eins, eins! Der Louis hat noch zwei! Der Mann hat noch! Der Mann hat noch! In Manfred, sein Stock! Der ist jetzt viel wert! Der ist jetzt viel wert! Eingraben! Ja, das war jetzt wie der Leistung hat! Oh, er hat ja von Schneider gerufen! Was ist das? Ja! Ja, ist nicht klar! Der Bani hat gesagt, eingraben! Der Leusch... Der Leusch hat schon Schneider gerufen! Der Leusch hat schon Schneider gerufen! Die schießen nicht mit der Wall! Nein, dann schau sie, die Röckere! Das ist doch ein Witz! Oh, der ist doch ein Witz! Oh, der ist doch ein Witz! Oh! Oh, der ist doch ein Witz! Oh, der ist doch ein Witz! Oh, der ist doch ein Witz! Ich so, der ist doch ein Witz! Oh, ich sag das! Ja, ein Gaudi muss rein! Na, Servus, Meisner! Aber Brunel, kein Witz! Eingraben, ja! Wie der Ernst gesagt hat! Eingraben, wir müssen noch neuer! Das hat der Luis vom Schneiderschrein, gell? Das hat er vom Schneiderschrein. Nein, was ist denn das für ein Merker? Nein, ein Haul geht's! Nein! 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 Das ist nicht! Das ist nicht! Alle mit uns jetzt machen! Nein, ich komm mit dem Lohren nicht mehr mit! So ist es los! Woh! So, es passt! So! Das war eine Bernie-Show-Einlage! So, jetzt passt's schon! Stock! Der Luis braucht einen Stock, hat er gemeint! Da sind bei uns die Weschke, die Hargatzer, die Hafensechter, die Highbakes, Mandelwalch, alles was wir da haben! Aha! Stock-Camp! Ausziehen tut er ganz wüt! Nein! Das war's! Ein Ring! 1-1! Bravo! Ich darf nicht so laut schreien. Er hat schon Schneider geschreit. Eins, eins. Der Luis hat schon Schneider geschreit. Überhinter. Ja, ja, das ist schon wieder live. Jetzt kommt der Retour-Schneider, Luis. Jetzt kommt der Retour-Schneider, Luis. Gell, Barney? Die Lisi wird jetzt Retour-Schneider schreit. Retour-Schneider. So eine Böschkinder. Ohne Schmäh. Aber eins, eins brauchen wir schon. Eins, eins war schon wichtig. Ja, das war wichtig. Der Luis hat ja schon einen schönen Schneider draußen. Ja, ja, ja. Das dürfen wir nicht sagen, schon vorher. Schneider. Geschnitten werden wir sicher nicht. Genau. Retour-Schneider können wir austeilen. Aber der Berner, der stimmt der Hand umsweg mal. Der ist schon fertig mit den ersten. Und wir bist jetzt zufrieden mit dem eins, eins? Ja, ja, gerecht. Gerecht. Passt. Okay. Also eins, jetzt schauen wir dann, wie es... Zwei mal ausgehen wird. Jetzt machen wir wieder mal eine Pause. Es ist zwölfe. Geräte haben sie ja da. Also ausgerüstert sind wir ja. Wild. Ja, da sind wir alle vernehmt. Wir haben noch nicht die Vorken. Hoi, der Vorken! Hoi, der Vorken! Noch nicht die Vork. Hoi, Vorken! Na ja, nein! Alla, sie vorkommen! Jetzt werde ich die Box messen, ich habe einen Umwärts. Ich schaue mal den Winkel zu, ich schaue. Ich werde dich täuschen, ich werde dich täuschen. Das ist auch viel da drin. Die Schirme sollen uns Glück bringen. Hey Luis, heute kannst du nicht sagen, Herr mit den Kröten. Warum nicht? Ach so. Das Essen sind auch Kröten, gell? Jawohl. Ja, ja. Die Barsch gehört schon weiter aus. Schau. Tust du anschießen jetzt? Wer wird wohl das Ding wieder anschießen? Wer schießt den auch? Nein. Die Eingern. Die Eingern schießen auch. Wer wird den anschießen? Ja. Ja, schon. Du bist die Einger, oder? Nein. Nein. Ich bin von der Eingern. Ich bin von der Eingern. Ach so. Das geht auf den Retour-Schneider. Das geht auf den Retour-Schneider. Teil 3 sind wir. Ja. Jetzt kommen wir mal in der Mieten raus. Der Mieten raus, der Sacker. Ja gut, warten wir wieder ein bisschen. Also, bis ein Haufen Steck draußen sind, dann gehen wir wieder weiter. Jetzt wird anreißen. Das ist ein Schuss auch noch. Hast du einen Schuss? Hast du einen Schuss? Ja. Hast du einen Schuss? Sehr gut. Hast du einen Schuss? Komm! Einge! Eingesklumpert! 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 Kaput! Toll ist nichts kaputt. Hast du nochmal Videor? Ja, bist schon drauf. Wenn wir dich schon erscheinenua. Warte noch! Ja, ja! Ja, ja Ist's caern? Das ist ein Schwerkämpfer. Geht mal aus, man geht wieder mal aus. No, no, no! No, no! No, no! No, no! No, no! Los! Los! Sollte der Meier noch dran geschießen! Erste Trocki. Jetzt kommt der Schuster! Jetzt kommt der Schuster! Jetzt kommt der Schuster! Jetzt kommt der Schuster! So. Taune! 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 Braue Taune! Da ist die Schwäche, mein Kollege. Das war ein Schussball, das war ein Schussball. Das ist die Essenpartie jetzt, oder? Ja. Bravo! So, hab ich nicht abgeschalten. Gehen wir essen. Gehen wir essen.